Die Wunderwelt des Wattenmeeres. Atemberaubend, weltweit einzigartig, Weltnaturerbe. Die Kriterien der UNESCO für diese begehrte Auszeichnung, der außergewöhnliche Wert, weltweit einzigartig, eine weitgehend unversehrte Natur und dass der Schutz des Gebietes gewährleistet ist. Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer stellt dies hier bei uns sicher. Nirgendwo auf der Welt gibt es eine vergleichbare Insel-Wattlandschaft, geprägt von den Gezeigten. Entstanden ist dieses junge und dynamische Land erst vor 10.000 Jahren, nach der letzten Eiszeit. Das heutige Weltnaturerbe umfasst mit 10.000 Quadratkilometern und einer Küstenlänge von 400 Kilometern das Wattenmeer der Niederlande, Niedersachsens, Hamburgs und Schleswig-Holsteins. Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer bildet den zentralen Teil. Die ostfriesischen Inseln wirken als Riegel zum offenen Meer. Zum Festland hin werden Sand und Schlick abgelagert, während auf der anderen Seite bei Sturmfluten gewaltige Brecher an der Substanz nagen. Stürme verfrachten gewaltige Mengen Sand in das Innere der Insel. Hier ist alles in Bewegung, in Fluss. Dünen entstehen und werden vom Sturm verweht. Ebbe und Flut prägen das Wat. Das bedeutet, im Sechs-Stunden-Wechsel läuft das Wasser über Priele und Rinnen ab. Fällt der Meeresboden trocken. Und wird wieder von den Wassermassen überspült. Wird wieder zu einem wilden Meer. Inseln und Sandbänke entstehen und vergehen. Watte- und Prilsysteme verlagern sich. Geologische Prozesse, die in einem Menschenleben geschehen, die aber manchmal in einem kurzen Urlaub zu beobachten sind. Das Wat als Lebensgrundlage und Nahrungsquelle für alle Tiere in diesem Lebensraum. Nirgendwo auf der Welt gibt es Wat-Lebewesen in solch großer Zahl. Auf einem einzigen Quadratmeter leben bis zu 100.000 winzige Schnecken. Schnecken, Würmer, Muscheln. Die meisten Tiere bleiben versteckt im Sand und Schlick. In diesem extremen Lebensraum im Wechsel der Gezeiten, aber durch jedes Hochwasser gut gedüngt, können ökologische und biologische Prozesse noch ungestört ablaufen. Getreu dem Motto des Nationalparks, Natur, Natur sein lassen. Eine geführte Wattwanderung hautnah. Bei dieser Teil ist eben die Fortsetzung, die in diese Schnüre formt, die an der Oberfläche liegen. Und da das Fressen in diesem Trichter passiert und der Wurm dann also unterhalb der Oberfläche ist, geschieht beim Fressvorgang eigentlich ihm kein Schaden. Umgekehrt, beim Ausscheiden des nicht verdaubaren Sandes, was quasi auf dem gleichen Niveau wie der Wattboden stattfindet, geschieht es schon, weil jede Menge Plattfische oder auch Strandkrabben, anderes Getier, auf dieser Oberfläche rumrät, dann ist plötzlich Bewegung und da wird sofort zugebissen. Untertitelung des ZDF, 2020 Seehunde und Kegelrobben Seehunde und Kegelrobben sind im Nationalpark gut geschützt. Sie werden nicht mehr gejagt wie in früheren Jahrhunderten. Heute stehen sie neben den Menschen an der Spitze der Nahrungskette und ihre Bestände nehmen erfreulicherweise zu. Ein gutes Zeichen dafür, dass wir Menschen lernen können, wild lebenden Tieren den ihnen zustehenden weiten Raum zu geben. Ein Besuch in Nationalparkhäusern und Welterbezentren ergänzt das Erlebte. Ich habe gedacht, sie kennen das wahrscheinlich so genau. Ja, aber der Taschenkipster ist ein bisschen heiß. Letzten sitzen. Willst du von oben gucken? Kannst du es leer fegen? Da ist das da. Fege ich das mal leer. Aha, da brauchen wir noch mehr Stimmen. Zugvögel im Nationalpark. Nirgendwo auf der Welt gibt es eine solche Artenvielfalt der Wattenmeer-typischen Tiere und Pflanzen. Zehntausend Arten sind für die Lebensräume des Wattenmeeres bekannt. Das schier unendliche Nahrungsangebot des Wats zieht auch Millionen von Zugvögeln magisch an. Zehn bis zwölf Millionen werden jeden Herbst gezählt, die hier Zwischenrast einlegen, auf ihrem langen Weg von Ostsibirien und Kanada bis nach Südeuropa und Afrika. Als Drehscheibe des Vogelzugs ist das Wattenmeer von weltweiter Bedeutung. Die Zeiten des Vogelzuges erlauben einzigartige Beobachtungen aus nächster Nähe. Ein bisschen größer als der Eintrittsläufer und einige sind auch noch im Prachtkleid und so berührt mich. Die alljährlichen Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer bieten ein faszinierendes Naturerlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sechs Monate später. Ein Schwarm von zehntausenden Alpenstrandläufern. Das Wundervogelzug wiederholt sich in jedem Frühjahr, in umgekehrter Richtung, in die Brutgebiete, weit nördlich des Polarkreises. Einige Arten bleiben aber auch im Nationalpark, um hier ihre Jungen aufzuziehen. So mischen sich Durchzügler und Brutvögel an bevorzugten Stellen, hier vor dem berühmten schwimmenden Moor am Jadebusen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dunkle Wasserläufer bei einer ausgiebigen Rast und gleichzeitig viele verschiedene Brutvogelarten. Ringelgänse tanken im Watt und auf den Salzwiesen ihre Energiereserven zweimal im Jahr wieder auf, um in ihre Brutgebiete in der arktischen Tundra Sibiriens weiterziehen zu können. Im Wattenmeer entscheidet sich, wie es den Vögeln dort oben ergehen kann. Die Inseln. Der zentrale herausragende Teil des Nationalparks. Land aus Sand. Fast ein Wunder, wie die unterschiedlichsten Pflanzen auf purem Seid sind. Am Strand und in den Weiten der Dünenlandschaften. Die Inseln. Kap Saasen Ausatmete Die Inseln. Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Meer hin abgeschirmt feuchte Dünen-Täler mit einer hochspezialisierten Pflanzenwelt. Dünenhänge, oft mit Flechten und Mosen bewachsen. Verlandete ehemalige Seen, doch das sind Ausnahmen. Für Bodenbrüter wie Austernfischer und Uferschnepfe sind die extensiv bewirtschafteten Weiden der Poldergebiete auf den ostfriesischen Inseln ein guter Lebensraum. Und empfindliche Orchideenarten, wie die verschiedenen Knabenkräuter, sind noch häufig. Auch für Orchideen stellt der Nationalpark ein bedeutendes Rückzugsgebiet dar. Rinder halten die Polderflächen für Wiesen, Vögel und gefährdete Pflanzen frei und verhindern die Verbuschung der Landschaft innerhalb der Deiche. Kunstdünger und Chemie sind tabu. Hier lassen sich noch Uferschnepfe, Kiebitze und Austernfischer gleichzeitig entdecken. Kiebitze und Schleifung Kiebitze und Sprechungsgebiet 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 Kiebitze eind Marchner Kiebitze und Sprechungsgebiet Kiebitze und Sprechungsgebiet Außerhalb der Deiche, an der Grenze zum Watt, Salzwiesen. Eine ganz eigene Welt, urig, naturpur, absolute Ruheräume. Hier hat Natur vor und Menschen müssen sich zurücknehmen, damit dies so bleibt.